so nach dem schönen absturz sind wir jetzt wieder da ja ja extrem stabil naja jetzt zum beispiel was soll ich denn helfen ach da verteidigen sie das flugdeck au au so viel munition kannst du gar nicht haben ja 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 drei schuss brauch man zu viel wow woooow 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 wooooow woooow 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 Nein, nein, nein! Wat? Hilfe! Hilfe, Sion! Okay, das haben wir, jetzt gehen wir nochmal eine holen. Danke! Alles klar, wieder da rüber. Hopp! Okay, dann gehen wir schnell. Ne, da ist keine Muni. Wo ist denn die Muni? Da vorne. Boah! Boah! Oh, da kommt schon wieder so viel. Boah! 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 Wir ziehen sich zurück! Was? Aufzug. Nachladen und sammeln. Es ist noch nicht vorbei. Noman, wir haben ein Leck im Reaktor her. Einige unserer Techniker sitzen auf den unteren Decks in der Falle. Fahren Sie mit dem Aufzug runter zum Hangar. Gott, halt, Marines! Wir müssen das Flug der Kalten! Nee. Stroh? Ach, ist scheißegal. Auf der Waffe jetzt. Auf. Ich habe fast vorbeigelatscht. Und jetzt? Ah. Was sieht denn hier aus? Der Reaktorkern hat ein Leck. Ich bin unterwegs zum Reaktorraum. Schlag uns irgendwie auf das Flugzeug durch. Diese Bastarde sind überall. Melde dich, wenn du oben bist. Roger, Psycho. Noman, Sie haben mir den Sender angesehen. Ich glaube, wir können Ihren Mechanismus über Ihren Nadeschut aufladen. Wenn Sie Probleme kriegen, melden Sie sich. Ich habe ständig Probleme. Sie haben den Anruf. Ja, und? Soll ich jetzt da runterhüpfen, oder wat? Okay, ich hüpfe runter. Okay. Der Chefingenieur. Einmal den Ingenieur. Oh, schick. Das muss nicht richtig schießen, ey. Was ist das? Was bist du? Okay. Ah, aber wo reagiert die's noch? Gib mir doch mal den Scheiß-Jula, ey. Ei, ei, ei. Aber ist denn die Wand da so ausgebeult? Ach, du arzt es nicht. Alles gut da oben? Ja. Du wolltest mich gerade anschießen, ey. Genauso wie Kili das immer macht. Hey, hier oben! Oh, nee. Jetzt stecke ich hier fest, oder wat? Oh. Danke. Äh. Okay. Jetzt weiß ich, warum er es nicht... Warum er die Taschenlampe dran war. Alles gut bei dir? Nein? Okay. Okay. Ach komm, das ist ein Schnelltast. Auf Steuerung zweimal draufdrücken. Jetzt ist das Zahnfeld aktiviert. 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 Und bei Doppel-H? Nee. Nee, egal. Ich meinte, bei Doppel-H wäre noch was gewesen. Ich meinte, bei Doppel-H wäre noch was gewesen. Die rote Lampe, meint er. Da oben? Äh. 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 Ist das aufgeleuchtet? Jetzt nicht mehr. Okay, das war's. Sehr gut. Wir sind auf dem richtigen Weg. Gehen Sie jetzt zum Reaktorraum und aktivieren Sie die Scrim-Sequenz. Gehen Sie zum Reaktorraum. Ah, da ist die Tür so. Falze Richtung. Falze Richtung. Falze Richtung. Maximale Stärke. Richtige Richtung. Maximale Monsum. Da hoch. Aber nicht alle. Verdammt, die Steuerstäbe sind verklemmt! Zwei, ja. Ich glaube, sie entziehen dem Reaktor Energie. Norbert, mit der Energie des Kerns müssten wir sie überladen können. Bleiben Sie in Reichweite. Ich sehe das Signal über Ihren Anzug. Ui. Tun Sie nicht zu überrascht. Ja! Es geht um Leben und Tod, Lieutenant. Sie müssen die Steuerstäbe einstecken. Ich... Die Strahlungswerte hier drin sind extrem hoch. Lernt Ihr Anzug das aus? Ja, Sir. Benutzen Sie Ihre Nanosuits. Hier unten wird es langsam kritisch. Benutzen. Benutzen. F. Benutzen. Gute Arbeit, Nomad. Die Steuerstäbe müssten jetzt runterfahren. Okay, jetzt wissen wir, wo wir kurz noch mal ein Savegame reinsetzen. Also es sind doch nicht nur zwei. Die Steuerstäbe sind verklemmt. Das sind drei insgesamt. Okay. Ja, ja. Ich stelle ihn bereit in der Ecke. Ich glaube, es funktioniert. Die Tunze sind nicht zu überrascht. Es geht um Leben und Tod, Lieutenant. Sie müssen die Steuerstäbe einstecken. Senken Sie die Steuerstäbe. Aktiviert. Die Strahlungswerte hier drin sind extrem hoch. Hält Ihr Anzug das aus? Ja, Sir. Alles klar. Yes, Sir. Okay, der Reaktor ist aus. Ich leite die Energie jetzt auf das Sekundärsystem um. Gute Arbeit. Die ganze Zeit hat man nämlich alles auf Schild. Jetzt brauchen wir es auf Stärke. Und jetzt? Gute Arbeit mit den Steuerstäben. Aber ich brauche sie hier an Deck. Eine neue Angriffswelle nähert sich. Kommen Sie rauf! Was? W руки anf Turbo! Was ist das? Das ist das. Was? 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 Ich glaube, die Jungs auf dem Flugdeck haben Probleme. Denken Sie ihn lieber. Ich habe ihn in Ihres Höchst. Unterkunft! Ihr seht auch so scheiße aus, wenn ihr die Taschenlampe anhabt. Da ist der andere. Und wieso explodieren die jetzt nicht? Nehmen Sie die Dupfweise. Ah, okay. Hat funktioniert. Oh. Tarnfeld aktiviert. 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 Ja! Tarnfeld laboriert. Tarnfeld др Keinen sie auf das Luftweg zurück. Alles klar. Also laufen wir jetzt hier weiter. Alles gut. Alle Mann von uns! Alle Mann von uns! Nomads überrennen das Fluchdeck! Kommen Sie endlich rauf! Verstecken Sie sich! Ich gehe rauf, aber erst muss ich mir noch was besorgen. Morrison, ich hole mir jetzt diese Tech-Kanone aus dem Labor. Wir eilen Sie dich, Lieutenant! Wir brauchen Sie andenken! Wir holen uns etwas! Etwas Großes! Wo ist denn dieses Kack-Labor? Äh, ja. Oh! Die Richtung, okay. Niemand verlässt das Schiff! Ihr werdet ein Fokosseur! Los, los, los! Los, Bewegung! Oh, verdammt! Wo ist die Kanone? Die hing doch? Ah, ja. Okay, 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 okay. Die Kanone hing. Der Schrotwind ist voll. Die ist voll, die ist voll, die ist voll. Ich muss nochmal nachladen. Beschreck mich nicht so. Gib mir das Ding. Ich hab die Tech-Kanone. Das Flugdeck wird überrannt! Wir müssen das Schiff verlassen! Schnell! Los, wir müssen number! Ich bin nicht alle Stimmen! Ich bin alle los- und dann Начnungen! Wir warten auf dich! Verdammt, das war knapp! Ich bin alle Stimmen! Sie werden an Deck gebraucht, als der aber in die Richtung. Die Geiste, die ich rief!